Carlos Castaneda, eine andere Wirklichkeit, Einleitung. Vor zehn Jahren hatte ich das Glück, einem Jackie-Indianer aus dem Nordwesten Mexikos zu begegnen. Ich nenne ihn Don Juan. Im Spanischen ist Don eine Anredeform, die Achtung bezeugt. Ich machte Don Juans Bekanntschaft rein zufällig. Ich saß gerade mit Bill, einem Freund, in einer Busstation in einer Grenzstadt in Arizona. Wir waren sehr schweigsam. An diesem Spätnachmittag erschien die Sommerhitze unerträglich. Plötzlich beugte er sich zu mir rüber und klopfte mir auf die Schulter. Dort ist der Mann, von dem ich dir erzählt habe, sagte er leise. Er machte eine Kopfbewegung in die Richtung des Eingangs. Ein alter Mann war gerade eingetreten. Was hast du mir über ihn erzählt, fragte ich. Er ist der Indianer, der über Piyote Bescheid weiß. Erinnerst du dich? Ich erinnerte mich, dass Bill und ich einmal einen ganzen Tag umhergefahren waren, um das Haus eines exzentrischen mexikanischen Indianers zu suchen, der in dieser Gegend lebte. Wir fanden das Haus nicht. Und ich hatte den Eindruck, dass die Indianer, die wir nach dem Weg fragten, uns absichtlich in die Irre schickten. Bill hatte mir erzählt, dass dieser Indianer ein Yerbero sei, ein Mann, der Heilkräuter sammelt und verkauft, und dass er sehr viel über den halluzinogenen Kaktus Piyote wusste. Er meinte auch, es würde sich für mich lohnen, ihn kennenzulernen. Bill war mein Führer durch den Südwesten, als ich Material und Information über Heilpflanzen sammelte, die von den Indianern dieser Gegend verwendet werden. Bill stand auf und ging, den Mann zu begrüßen. Der Indianer war von mittlerer Statur. Sein Haar war weiß und kurz. Es wuchs ihm ein wenig über die Ohren, was seine runde Kopfform betonte. Er war sehr dunkel. Die tiefen Falten in seinem Gesicht ließen ihn alt erscheinen. Doch sein Körper war offenbar kräftig und drahtig. Ich beobachtete ihn einen Augenblick. Er bewegte sich mit einer Gewandtheit, die ich bei einem alten Mann nicht für möglich gehalten hätte. Bill gab mir ein Zeichen, mich zu ihm zu gesellen. Er ist ein netter Kerl, sagte Bill zu mir. Aber ich kann ihn nicht verstehen. Sein Spanisch ist komisch. Ein ländlicher Dialekt, glaube ich. Der alte Mann sah Bill an und lächelte. Und Bill, der nur wenige Worte Spanisch spricht, brachte in dieser Sprache einen absurden Satz hervor. Er sah mich an, als wollte er mich fragen, ob er sich verständlich ausgedrückt hätte, aber ich wusste nicht, was er hatte sagen wollen. Dann lächelte er verlegen und ging fort. Der alte Mann sah mich an und fing an zu lachen. Ich erklärte ihm, mein Freund vergesse manchmal, dass er nicht Spanisch sprach. Ich glaube, er hat auch vergessen, uns miteinander bekannt zu machen, sagte ich und nannte ihm meinen Namen. Und ich bin Juan Matus. Ich stehe dir zur Verfügung, sagte er. Wir schüttelten uns die Hand und schwiegen einen Augenblick. Ich brach das Schweigen und berichtete ihm über mein Vorhaben. Ich erzählte ihm, dass ich Informationen aller Art über Heilpflanzen suchte. Besonders über Peyote. Ich sprach lange, wie unter einem Zwang, und obwohl ich absolut nichts von der Sache verstand, behauptete ich, eine Menge über Peyote zu wissen. Ich glaubte, wenn ich mit meinen Kenntnissen prallte, würde es ihn interessieren, sich mit mir zu unterhalten. Aber er sagte nichts. Geduldig hörte er zu. Dann nickte er bedächtig und blickte mich an. Es schien, als leuchteten seine Augen aus eigener Kraft. Ich wich seinen Blick aus und wurde verlegen. Ich war sicher, er wusste in diesem Augenblick, dass ich Unsinn redete. Besuch mich irgendwann zu Hause, sagte er schließlich und wandte seine Augen von mir ab. Vielleicht können wir dort zwangloser miteinander reden. Ich wusste nicht, was ich noch sagen sollte. Ich war befangen. Nach einer Weile kehrte Bill in den Raum zurück. Er spürte mein Unbehagen, sagte aber kein Wort. So saßen wir einige Zeit in beklommenem Schweigen da. Dann stand der alte Mann auf. Sein Bus war gekommen. Er sagte auf Wiedersehen. Es lief nicht besonders gut, nicht wahr? Fragte Bill. Nein. Hast du ihn über Pflanzen ausgefragt? Ja, aber ich glaube, ich hab mich wie ein Idiot benommen. Ich sagte dir ja, er ist sehr exzentrisch. Die Indianer hier in der Gegend kennen ihn, aber sie sprechen nie über ihn. Und das will was heißen. Immerhin sagte er, ich könnte ihn zu Hause mal besuchen. Er hat dich auf den Arm genommen. Sicher, du kannst ihn besuchen. Aber was besagt das schon? Er wird dir nie etwas erzählen. Solltest du ihn jemals etwas fragen, dann wird er sich sofort in ein Schneckenhaus zurückziehen und einfach so tun, als verstehe er dich nicht. Bill sagte überzeugend, er sei schon des öfteren Leuten wie ihm begegnet. Sie erwecken den Eindruck, eine Menge zu wissen. Doch sollte man sich seiner Meinung nach mit solchen Leuten nicht weiter abgeben, weil man dieselben Informationen früher oder später genauso gut von jemand anderem erhalten könnte, der weniger Schwierigkeiten machte. Für schrullige alte Keuze, meinte er, habe er weder Zeit noch Geduld. Außerdem sei es durchaus möglich, dass der alte Mann nur vorgab, sich mit Heilpflanzen auszukennen, während er in Wirklichkeit vielleicht nicht mehr wusste als jeder andere auch. Bill redete drauflos, aber ich hörte nicht zu. Meine Gedanken kreisten immer noch um den alten Indianer. Er hatte gewusst, dass ich plöffte. Ich erinnerte mich an seine Augen. Sie hatten wirklich geleuchtet. Ein paar Monate später kehrte ich zurück, um ihn zu besuchen. Weniger in meiner Eigenschaft als ein an Heilpflanzen interessierter Anthropologe, als vielmehr von einer unerklärlichen Neugier getrieben. Wie er mich angesehen hatte, so etwas war mir in meinem Leben noch nicht passiert. Ich wollte wissen, was sich hinter diesem Blick verbarg. Das wurde bei mir beinahe zur fixen Idee. Ich begann zu grübeln, und je mehr ich darüber nachdachte, desto ungewöhnlicher erschien es mir. Don Juan und ich wurden Freunde. Und ein Jahr lang stattete ich ihm zahllose Besuche ab. Ich fand seine Art sehr beruhigend und seinen Humor ausgesprochen wohltuend. Vor allem aber spürte ich in seinen Handlungen eine ruhige Folgerichtigkeit, die mich zutiefst verblüffte. In seiner Gegenwart empfand ich ein eigenartiges Vergnügen und gleichzeitig fühlte ich mich seltsam unbehaglich. Seine bloße Anwesenheit zwang mich zu einer gründlichen Revision meiner Verhaltensmuster. Ich war, wie wahrscheinlich jedermann, dazu erzogen worden, den Menschen als ein im Wesentlichen schwaches und fehlbares Geschöpf anzusehen. Was mich bei Don Juan beeindruckte, war die Tatsache, dass er nicht im Geringsten schwach und hilflos war. Und schon unser Zusammensein führte garantiert zu einem unvorteilhaften Vergleich zwischen seinem Verhalten und dem Meinen. Eine der vielleicht eindrucksvollsten Bemerkungen, die er damals mir gegenüber machte, bezog sich auf unseren wesensmäßigen Unterschied. Vor einem meiner Besuche bei ihm war ich recht unglücklich über den ganzen Verlauf meines Lebens und über eine Reihe bedrückender persönlicher Konflikte gewesen. Als ich bei ihm eintraf, war ich verstimmt und nervös. Wir sprachen über meine große Wissbegierde, aber wie üblich bewegten wir uns auf verschiedenen Ebenen. Ich meinte das Akademische, die Erfahrung transzendierenden Wissens, während er vom direkten Wissen über die Welt sprach. Weißt du etwas von der Welt, die dich umgibt? fragte er. Ich weiß alles Mögliche, sagte ich. Ich meine, fühlst du überhaupt die Welt, die dich umgibt? Ich fühle so viel von der Welt, wie ich nur kann. Das ist nicht genug. Du musst alles fühlen, sonst verliert die Welt ihren Sinn. Ich brachte das klassische Argument vor, ich müsse nicht erst die Suppe kosten, um das Rezept zu kennen. Und ich müsse mir keinen elektrischen Schlag verpassen, um etwas über die Elektrizität zu wissen. Du verdrehst meine Worte, sagte er. Soweit ich sehe, versuchst du an deinen Argumenten festzuhalten, obwohl sie dir nichts einbringen. Du möchtest da bleiben, wo du bist, sogar auf Kosten deines Wohlergehens. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich spreche über die Tatsache, dass du nicht vollkommen bist. Du hast keinen Frieden. Diese Feststellung ärgerte mich. Ich fühlte mich angegriffen. Ich fand, es stehe ihm nicht zu, über meine Handlungsweise oder meine Persönlichkeit zu urteilen. Du quälst dich mit Problemen ab, sagte er. Warum? Ich bin nur ein Mensch, Don Juan, sagte ich verdrießlich. Diese Bemerkung machte ich in der gleichen Tonart, die mein Vater dabei anzuschlagen pflegte. Immer wenn er sagte, er sei schließlich auch nur ein Mensch, meinte er stillschweigend, dass er schwach und hilflos sei. Und seine Bemerkung war, wie die meine von unendlicher Hoffnungslosigkeit erfüllt. Don Juan blickte mich an wie damals bei unserer ersten Begegnung. Du denkst zu viel über dich nach, sagte er lächelnd. Und das gibt dir eine so eigenartige Müdigkeit, die dich dazu bringt, dich von der Welt, die dich umgibt, abzuschließen und dich an deine Argumente zu klammern. Deshalb hast du nichts als Probleme. Ich bin auch nur ein Mensch, aber ich meine dies nicht in dem Sinn, wie du es meinst. Wie meinst du es? Ich habe meine Probleme überwunden. Schade, dass mein Leben so kurz ist, dass ich nicht alles haben kann, was ich möchte. Aber ich mache mir deswegen keine Sorgen. Es ist halt nur bedauerlich. Der Ton, in dem er dies sagte, gefiel mir. Er war frei von Verzweiflung oder Selbstmitleid. 1961, ein Jahr nach unserer ersten Begegnung, eröffnete Don Juan mir, dass er ein geheimes Wissen über Heilpflanzen besitze. Er sagte, er sei ein Brucho. Das spanische Wort Brucho lässt sich mit Zauberer, Medizinmann, Heiler wiedergeben. Von diesem Zeitpunkt an wandelte sich unsere Beziehung. Ich wurde sein Schüler. Und während der nächsten vier Jahre bemühte er sich, mich in die Geheimnisse der Zauberei einzuführen. Diese Lehrzeit habe ich in meinem Buch »Die Lehren des Don Juan, ein jäcki Weg des Wissens« beschrieben. Unsere Gespräche wurden auf Spanisch geführt und dank der Tatsache, dass Don Juan diese Sprache hervorragend beherrschte, erhielt ich detaillierte Erklärungen über die verwickelten Bedeutungen seiner Anschauungsweise. Ich bezeichnete diesen komplexen und systematisch geordneten Wissensschatz als Zauberei und Don Juan selbst als einen Zauberer, weil auch er diese Begriffe im informellen Gespräch gebrauchte. Im Kontext ernsthafterer Erläuterungen jedoch verwendete er die Begriffe »Wissen«, um die Zauberei zu bezeichnen, und »Wissen der« oder »Einer der weiß«, um einen Zauberer zu bezeichnen. Zur Vermittlung und Erhärtung seines Wissens benutzte Don Juan drei allgemein bekannte Psychotrope-Pflanzen. Peiote Lofofora Williamsi, Stechapfel Datura Enoxia und eine Pilzart, die zur Gattung Psylozybe gehört. Durch Einnahme jeweils eines dieser Halluzinogene riefe in mir seinem Schüler gewisse Zustände verzerrter Wahrnehmung bzw. veränderten Bewusstseins hervor, die ich als Zustände einer anderen Realität bezeichnen will. Ich verwende bewusst das Wort »Realität«, denn es war eine wesentliche Voraussetzung von Don Juans Anschauungsweise, dass die Bewusstseinszustände, die durch die Einnahme jeder dieser drei Pflanzen hervorgerufen wurden, keine Halluzinationen, sondern konkrete, wenn auch außergewöhnliche Aspekte der alltäglichen Wirklichkeit waren. Don Juan behandelte diese Zustände nicht, als ob sie wirklich wären, sondern als wirklich. Diese Pflanzen als Halluzinogene und die Wirkung, die sie hervorriefen, als Zustände einer anderen Wirklichkeit zu bezeichnen, entspricht natürlich meiner Terminologie. Don Juan verstand und erklärte die Pflanzen als Vehikel, die einen Menschen zu gewissen und persönlichen Kräften oder Mächten hinführen, und die Zustände, die sie hervorriefen, als Begegnungen, die ein Zauberer mit diesen Mächten haben musste, um die Kontrolle über sie zu erlangen. Peiote nannte er Mescalito, den er als wohlwollenden Lehrer und Beschützer der Menschen bezeichnete. Mescalito lehrte die richtige Lebensweise. Peiote wurde gewöhnlich bei den Mitotes genannten Zusammenkünften der Zauberer eingenommen, zu denen die Teilnehmer sich ausdrücklich mit der Absicht versammelten, sich in der richtigen Lebensweise unterrichten zu lassen. Den Stechapfel und die Pilze sah Don Juan als Mächte anderer Art an. Er nannte sie Verbündete und sagte, es sei möglich, sie zu manipulieren. Tatsächlich bezöge der Zauberer seine Kraft durch die Manipulation eines Verbündeten. Don Juan gab von beiden dem Pilz den Vorzug. Er behauptete, die im Pilz enthaltene Kraft sei sein persönlicher Verbündete. Und er bezeichnete sie als den Rauch oder den kleinen Rauch. Don Juans Verfahren, die Pilze nutzbar zu machen, bestand darin, dass er sie in einer kleinen Kalebasse zu einem feinen Pulver zerfallen ließ. Er hielt die Kalebasse ein Jahr lang verschlossen und dann vermischte er das feine Pulver mit fünf weiteren getrockneten Pflanzen und stellte eine Mixtur her, die in einer Pfeife geraucht wurde. Um ein Wissender zu werden, musste man dem Verbündeten so oft wie möglich begegnen. Man musste sich mit ihm vertraut machen. Dies bedeutete natürlich, dass man die halluzinogene Mixtur ziemlich oft rauchen musste, und zwar, indem man das feine Pilzpulver, das nicht selbst brannte, zusammen mit dem Rauch der übrigen vier Pflanzen inhalierte. Die tiefgreifende Wirkung der Pilze auf die Wahrnehmungsfähigkeit erklärte Don Juan damit, dass der Verbündete den Körper fortnahm. Don Juans Lehrmethode verlangte vom Lernenden eine außerordentliche Anstrengung. Das erforderliche Maß an persönlichem Engagement und Einsatz war sogar so gewaltig, dass ich 1965 die Lehrzeit abbrechen musste. Mit dem Abstand von fünf Jahren, die inzwischen verstrichen sind, kann ich heute sagen, dass Don Juans Lehren damals zu einer ernsten Gefahr für meine Vorstellung von der Welt geworden waren. Ich stand im Begriff, die uns allen gemeinsame Gewissheit zu verlieren, dass wir die Realität des alltäglichen Lebens als Gegebenheit hinnehmen dürfen. Damals, als ich aufhörte, war ich überzeugt, dass meine Entscheidung endgültig sei. Ich wollte Don Juan nie wiedersehen. Im April 1968 erhielt ich jedoch ein Vorausexemplar meines Buches und fühlte mich verpflichtet, es ihm zu zeigen. Ich besuchte ihn. Unsere Lehrer-Schüler-Bindung wurde auf geheimnisvolle Weise wiederbelebt und damit begann der zweite Zyklus meiner Lehrzeit, der sehr anders als der erste war. Meine Furcht war nicht mehr so intensiv wie vor dem. Der ganze Gestus von Don Juans Unterweisung war entspannter. Er lachte viel und brachte auch mich oft zum Lachen. Anscheinend hatte er sich ausdrücklich vorgenommen, den Ernst seiner Lehren zu entschärfen. In den wirklich entscheidenden Augenblicken dieser zweiten Phase half er mir mit seinem Humor, Erfahrungen zu überstehen, die leicht zum Wahnsinn hätten führen können. Er ging davon aus, dass es einer gelösten und aufgeschlossenen Einstellung bedurfte, um der Belastung und Fremdartigkeit des Wissens, das er mich lehrte, standzuhalten. Du bist nur deshalb erschrocken und fortgelaufen, weil du dich selbst viel zu wichtig genommen hast. Damit erklärte er die Tatsache, dass ich ihn verlassen hatte. Wenn man sich wichtig nimmt, wird man schwerfällig, unbeholfen und eingebildet. Ein Wissender muss leicht und beweglich sein. In diesem zweiten Zyklus meiner Lehrzeit ging es Don Juan vor allem darum, mich das Sehen zu lernen. In seiner Anschauungsweise war es offenbar möglich, einen semantischen Unterschied zwischen Sehen und Schauen zu machen und sie als zwei verschiedene Wahrnehmungsformen zu behandeln. Schauen bedeutet die uns vertraute Art, die Welt wahrzunehmen, während Sehen einen sehr komplizierten Vorgang bezeichnete, durch den ein Wissender angeblich das Wesen der Dinge erkennt. Um die Schwierigkeiten dieses Lernprozesses in eine lesbare Form zu bringen, habe ich lange Passagen von Fragen und Antworten so wiedergegeben, wie sie in meinen ursprünglichen Feldnotizen enthalten sind. Denn ich bin überzeugt, dass meine Darstellung in diesem Punkt auf keinen Fall von der ursprünglichen Version der Lehren Don Juans abweichen darf. Mir lag daran, meine Aufzeichnung so flüssig wiederzugeben, wie unsere Gespräche verliefen. Mit anderen Worten, ich wollte dem Leser die Dramatik und Direktheit der Feldsituation durch die Möglichkeiten der Reportage nahe bringen. Jeder in einem Kapitel zusammengefasste Abschnitt entspricht einer Zusammenkunft mit Don Juan. In der Regel beschloss er jede unserer Begegnungen sehr abrupt. Die dramatische Zuspitzung am Schluss eines jeden Kapitels ist also kein von mir angewandter literarischer Kunstgriff, sondern entspricht der Methode Don Juans mündlicher Überlieferung. Offenbar war dies ein mnemotechnisches Hilfsmittel, das es mir ermöglichte, Verlauf und Bedeutung der Unterweisungen im Gedächtnis zu behalten. Ich muss jedoch einige Erklärungen vorausschicken, denn Verständlichkeit und Stringenz meines Berichts beruhen auf der Erläuterung einer Reihe von Schlüsselbegriffen, die ich besonders hervorheben möchte. Das Auswahlprinzip ist durch mein Interesse an der Sozialwissenschaft bedingt. Ich halte es ohne weiteres für möglich, dass ein anderer, der sich von anderen Absichten und Erwartungen leiten lässt, ganz andere Begriffe finden mag als die, die ich gewählt habe. Im Verlauf dieses zweiten Lehrzyklus versicherte mir Don Juan, dass der Gebrauch der Rauchmixtur eine unerlässliche Voraussetzung des Sehens sei. Daher musste ich sie möglichst oft verwenden. Nur der Rauch kann dir die Schnelligkeit geben, die du brauchst, um einen Blick in diese flüchtige Welt zu werfen, sagte er. Mithilfe der Psychotropenmixtur rief er in mir eine Reihe von Zuständen einer anderen Realität hervor. Gemeinsam war diesen Zuständen ihre Unvereinbarkeit mit dem sonstigen Geschehen. Was ich in jenen Zuständen der Bewusstseinsveränderung wahrnahm, war im Rahmen unseres alltäglichen Verständnisses der Welt unbegreiflich und unerklärlich. Mit anderen Worten, die Erfahrung dieser Unvereinbarkeit setzte die für mich bis dahin gültigen Vorstellungen von der Welt außer Kraft. Diese Unvereinbarkeit der Zustände einer anderen Realität mit der Alltagserfahrung benutzte Don Juan um eine Reihe vorgefasster neuer Sinneinheiten einzuführen. Sinneinheiten waren die einzelnen Elemente jenes Wissens, das Don Juan mir zu vermitteln suchte. Ich nenne sie Sinneinheiten, denn sie waren die Grundmasse von Sinneseindrücken und deren Interpretationen, auf denen ein komplexerer Sinnzusammenhang aufbaute. Eine solche Einheit war zum Beispiel die Art, wie Don Juan die physiologische Wirkung der Psychotropen Mixtur interpretierte. Sie rief eine Betäubung und den Verlust der motorischen Kontrolle hervor, was in Don Juans System als eine Maßnahme des Rauchs, also des Verbündeten interpretiert wurde, die dazu diente, den Praktizierenden von seinem Körper zu befreien. Die Sinneinheiten wurden in bestimmter Form zusammengefasst, wodurch Gruppen gebildet wurden, die ich als Sinninterpretation bezeichne. Offenbar liegen der Zauberei eine unendliche Vielzahl möglicher Sinninterpretationen zugrunde, mit denen der Zauberer sich vertraut machen muss. Auch im täglichen Leben haben wir es mit einer unendlichen Vielzahl von Sinninterpretationen zu tun. Ein einfaches Beispiel wäre etwa die uns kaum noch bewusste, aber täglich zahllose Male verwendete Interpretation der Struktur, die wir als Raum bezeichnen. Offensichtlich haben wir gelernt, die Struktur, die wir Raum nennen, in räumlichen Begriffen zu interpretieren. Der Begriff Raum ist mithin eine Sinninterpretation, denn er setzt voraus, dass wir, sobald wir ihn verwenden, uns all der Elemente bewusst sind, aus denen er sich zusammensetzt. Ein System von Sinninterpretationen ist mit anderen Worten der Vorgang, durch den ein Praktizierender sich all die Sinneinheiten bewusst macht, die notwendig sind, um Vermutungen, Schlussfolgerungen, Vorhersagen und so weiter über alle mit seinem Handeln verbundenen Situationen anzustellen. Unter Praktizierender verstehe ich einen Teilnehmer, der eine entsprechende Kenntnis aller oder beinahe aller Sinneinheiten besitzt, die zu seinem jeweiligen System von Sinninterpretation gehören. Don Juan war ein Praktizierender, das heißt, er war ein Zauberer, der alle Schritte seiner Zauberei kannte. Als Praktizierender versuchte er, mir sein System von Sinninterpretation zugänglich zu machen. Dieser Zugang war in meinem Fall gleich bedeutend mit einem Resozialisierungsprozess, bei dem ich lernen musste, meine Sinneseindrücke neu zu interpretieren. Ich war der Fremde, der nicht all die Fähigkeit besaß, die mit der Zauberei verbundenen Sinneinheiten vernünftig und folgerichtig zu interpretieren. Als Praktizierender, der mir sein System zugänglich machen wollte, hatte Don Juan die Aufgabe, eine bestimmte Gewissheit, die ich mit jedermann teile, zu verunsichern, nämlich die Gewissheit, dass unsere vom gesunden Menschenverstand diktierten Ansichten über die Welt entgültig seien. Durch die Verwendung Psychotropa Pflanzen sowie durch sorgfältig gesteuerte Kontakte zwischen dem fremden System und mir, gelang es ihm, mir klarzumachen, dass meine Auffassung von der Welt nicht endgültig sein konnte, da sie lediglich eine Interpretation darstellte. Dieses verschwommene Phänomen, das wir als Zauberei bezeichnen, ist für den amerikanischen Indianer schon seit Jahrtausenden eine ernsthafte, ehrbare Praktik, die sich mit unserer Wissenschaft vergleichen lässt. Unsere Schwierigkeiten, sie zu verstehen, gehen zweifellos auf die Fremdartigkeit der Sinneinheiten zurück, mit denen sie arbeitet. Don Juan sagte mir einmal, dass er ein wissender Vorlieben habe. Ich bat ihn, mir diese Bemerkung zu erklären. Meine Vorliebe ist das Sehen, sagte er. Was meinst du damit? Ich möchte sehen, sagte er, weil ein Wissender nur durch das Sehen etwas wissen kann. Und was siehst du? Alles Mögliche. Aber auch ich sehe alles Mögliche und bin dennoch kein Wissender. Nein, du siehst nicht. Ich glaube wohl. Ich sage dir, du siehst nicht. Was veranlasst dich, das zu behaupten, Don Juan? Du siehst nur die Oberfläche der Dinge. Willst du sagen, dass jeder Wissende durch alles, was er anschaut, hindurch sieht? Nein, so meine ich das nicht. Ich sagte, dass ein Wissender seine besonderen Vorlieben hat. Meine besteht einfach darin, zu sehen und zu wissen. Andere tun etwas anderes. Was zum Beispiel? Nimm Sakateka. Er ist ein Wissender und seine Vorliebe ist das Tanzen. Also tanzt er und weiß. Ist die Vorliebe eines Wissenden also das, was er tut, um zu wissen? Tanzen? Ja, das ist richtig. Aber wie kann das Tanzen Sakateka zum Wissen verhelfen? Man könnte sagen, Sakateka tanzt mit allem, was er hat. Tanzt er so, wie ich tanze? Ich meine, wie man eben so tanzt. Sagen wir lieber, er tanzt so, wie ich sehe, aber nicht so, wie du vielleicht tanzt. Aber sieht er auch so, wie du siehst? Ja, aber außerdem tanzt er. Wie tanzt Sakateka? Das ist schwer zu erklären. Er hat eine besondere Art zu tanzen, wenn er wissen will. Aber ich kann darüber nicht mehr sagen, als dass es unmöglich ist, über das Tanzen oder das Sehen zu sprechen, bevor du nicht verstanden hast, in welcher Art ein Wissender weiß. Hast du ihn gesehen, als er tanzte? Ja, aber nicht jeder, der ihm beim Tanzen zuschaut, kann sehen, dass dies seine besondere Art zu wissen ist. Ich kannte Sakateka, oder zumindest wusste ich, wer er war. Wir waren einander einmal begegnet, und ich hatte ihn zu einem Bier eingeladen. Er war sehr höflich und sagte, ich dürfe ihn gern jederzeit zu Hause besuchen. Ich spielte lange Zeit mit dem Gedanken, ihn zu besuchen, aber ich erzählte Don Juan nichts davon. Am die Pforte war verschlossen. Ich ging um den Zaun und versuchte einen Blick ins Innere des Hauses zu werfen. Es schien leer zu sein. Don Elias rief ich laut. Die Hühner schreckten auf und liefen wild gackernd durcheinander. Ein kleiner Hund kam an den Zaun gesprungen. Ich hatte erwartet, er würde mich anbellen. Stattdessen saß er einfach da und schaute mich an. rachen die aufgescheuchten Hühner in ihr gegacker aus. Eine alte Frau kam aus dem Haus. Ich bat sie, Don Elias herbeizurufen. Er ist nicht zu Haus, sagte sie. Wo kann ich ihn finden? Er ist auf den Feldern. Wo auf den Feldern? Ich weiß nicht. Komm am Spätnachmittag wieder. Er wird gegen 5 Uhr hier sein. Bist du Don Elias Frau? Ja, ich bin seine Frau, sagte sie und lächelte. Ich versuchte sie über Sakateka auszufragen, aber sie entschuldigte sich und meinte, sie spreche nicht gut Spanisch. Ich stieg ins Auto und fuhr davon. Gegen 6 Uhr kehrte ich zum Haus zurück. Ich fuhr vor das Tor und rief Sakatekas Namen. Diesmal kam er selbst aus dem Haus. Ich schaltete mein Tonbandgerät ein, das in seiner braunen Lederhülle wie ein über die Schulter gehängter Fotoapparat aussah. Anscheinend erkannte er mich. Ach, du bist's, sagte er lächelnd. Wie geht's Don Juan? Gut, und wie geht's dir, Don Elias? Er antwortete nicht. Er schien nervös zu sein. Nach außen hin war er sehr gelassen, aber ich spürte seine Unruhe. Hat Juan dich mit einem Auftrag hergeschickt? Nein, ich bin von selbst gekommen. Wozu in aller Welt? Ich hatte alles andere als solch eine Frage erwartet. Ich wollte mich einfach gern mal mit dir unterhalten, sagte ich, und hoffte meiner Stimme einen möglichst beiläufigen Klang zu geben. Don Juan hat mir fantastische Dinge über dich erzählt, und so bin ich neugierig geworden und möchte dir gern ein paar Fragen stellen. Sakateka stand vor mir, sein Körper war mager und drahtig. Er trug Kaki-Hosen und ein Hemd aus dem gleichen Stoff. Seine Augen waren halb geschlossen. Offenbar war er müde und vielleicht betrunken. Sein Mund stand etwas offen und seine Unterlippe hing herab. Ich bemerkte, dass er tief atmete und beinahe zu schnarchen schien. Bestimmt war Sakateka sinnlos betrunken, dachte ich. Und doch erschien dieser Gedanke mir wenig überzeugend, denn erst vor wenigen Augenblicken, als er aus dem Haus getreten war, hatte er einen sehr munteren Eindruck gemacht und meine Anwesenheit klar wahrgenommen. Worüber möchtest du sprechen? fragte er schließlich. Seine Stimme klang müde, seine Worte kamen schleppend, eins nach dem anderen. Ich fühlte mich sehr unwohl. Es war, als sei seine Müdigkeit ansteckend und griffe auf mich über. Nichts Besonderes, antwortete ich. Ich bin einfach gekommen, um mit dir freundlich zu plaudern. Du hast mich doch eingeladen, dich zu besuchen. Ja, aber das ist jetzt etwas anderes. Warum ist es etwas anderes? Sprichst du nicht mit Juan? Ja, doch. Und was willst du dann von mir? Ich dachte, ich könnte dir ein paar Fragen stellen. Frag doch Juan. Ist er nicht dein Lehrer? Das schon, aber trotzdem möchte ich dir gerne ein paar Fragen stellen über die Dinge, die er mich lehrt und deine Meinung hören. Vielleicht weiß ich dann besser, was ich tun soll. Warum willst du das? Hast du kein Vertrauen zu Juan? Doch, das habe ich. Warum lässt du dir dann nicht von ihm sagen, was du wissen willst? Das tue ich ja und er sagt mir auch alles, aber wenn du mir zusätzlich etwas darüber erzählen könntest, was Don Juan mich lehrt, dann würde ich es vielleicht besser verstehen. Juan kann dir alles sagen, nur er allein kann das. Verstehst du das nicht? Doch, aber außerdem würde ich gerne mit Leuten wie dir sprechen, Don Elias. Man trifft nicht jeden Tag einen Wissenden. Juan ist ein Wissender. Ich weiß. Warum also willst du dich dann mit mir unterhalten? Ich sagte doch, ich wollte dich nur so als Freund besuchen. Nein, das stimmt nicht ganz. Du hast irgendetwas. Ich versuchte mich besser auszudrücken, aber ich brachte nur ein zusammenhangloses Gemurbel hervor. Sakateka sagte kein Wort. Er schien aufmerksam zuzuhören. Seine Augen waren wieder halb geschlossen, aber ich hatte das Gefühl, als starre er mich an. Er nickte fast unmerklich, dann öffneten sich seine Lieder und ich sah seine Augen. Es war, als schaute er an mir vorbei. Wie nebenbei klopfte er mit der rechten Fußspitze genau hinter seine linke Ferse auf den Boden. Seine Beine waren leicht angewinkelt, seine Arme hingen schlaff herab. Dann hob er den rechten Arm. Seine Hand war geöffnet, wobei die Handfläche senkrecht gegen den Boden gerichtet war. Seine Finger waren gespreizt und deuteten in meine Richtung. Er schlenkerte ein paar Mal die Hand, bevor er sie vor sein Gesicht brachte. Einen Augenblick hielt er sie in dieser Stellung und dann sprach er einige Worte zu mir. Seine Stimme war sehr klar, obwohl seine Worte schleppend kamen. Dann ließ er die Hand zur Seite herabfallen und blieb regungslos in einer seltsamen Haltung stehen, wobei er sich auf den Ballen seines linken Fußes stützte. Sein rechter Fuß war hinter der linken Ferse verschränkt und mit der rechten Fußspitze klopfte er rhythmisch und sanft gegen den Boden. Ohne jeden Anlass befiel mich eine gewisse Furcht, eine Art Unruhe. Meine Gedanken schienen sich zu verselbstständigen. Mir gingen zusammenhanglose, unsinnige Gedanken durch den Kopf, die nichts mit dem zu tun hatten, was hier vor sich ging. Mein Unbehagen wurde mir bewusst und ich versuchte, meine Gedanken wieder auf die gegenwärtige Situation zu lenken, aber trotz großer Anstrengung gelang es mir nicht. Es war, als hielte mich irgendeine Macht davon ab, mich zu konzentrieren oder einen vernünftigen Gedanken zu fassen. Sakateka hatte kein Wort gesagt und ich wusste nicht, was ich noch sagen oder tun sollte. Ganz automatisch drehte ich mich um und entfernte mich. Später konnte ich der Versuchung nicht widerstehen, Don Juan von meiner Begegnung mit Sakateka zu erzählen. Don Juan schüttelte sich vor Lachen. Was ging dort wirklich vor? fragte ich. Sakateka tanzte, antwortete Don Juan. Er sah dich und dann tanzte er. Was hat er mit mir gemacht? Mir war ganz kalt und schwindelig. Offenbar mochte er dich nicht und er wehrte dich ab, indem er einen Zauber gegen dich einsetzte. Wie konnte er das? rief ich skeptisch. Sehr einfach. Er wehrte dich mit seinem Willen ab. Was sagst du da? Er wehrte dich mit seinem Willen ab. Diese Erklärung genügte mir nicht. Was er sagte, war für mich ungereimtes Zeug. Ich versuchte noch weiter in ihn zu dringen, aber er konnte den Vorfall nicht zu meiner Zufriedenheit erklären. Offenbar ließ sich dieser Vorfall, wie jeder andere, der sich innerhalb dieses fremden Systems von Sinninterpretationen ereignete, nur mithilfe der zu diesem System gehörigen Sinneinheiten erklären oder verstehen. Daher ist dieses Buch ein Report und es soll als Report gelesen werden. Das System, über das hier berichtet wird, war für mich unbegreiflich. Daher wäre es irreführend und vermessen, wollte ich behaupten, mehr als einen Report geschrieben zu haben. Dementsprechend habe ich mich an die phänomenologische Methode gehalten und mich bemüht, das Phänomen der Zauberei so darzustellen, wie es mir vorgeführt wurde. Als Beobachter protokollierte ich das, was ich beobachtete und im Augenblick der Niederschrift war ich bemüht, mein Urteil hintanzustellen. Dass ich das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Was ist das.